Ja, Leute, wir kommen im Krieg! Puh! Hammer! Welchen Balkon? Auw, ist das! Aua! Auw, ist das! Ach, komm zu ihr. Ach, komm! Ach, komm! Ach, komm! Ach, komm! Kommt schon, ihr Bastarde! Noch ein paar Yards und wir haben es geschafft! Ja, was war? Kurzer Augenblick! Ja, bevor ich durchrasche, um die Brücke zu retten, werde ich jetzt nochmal durch die Häuser gehen. Ja, Leute, kurz aus Verzögerung, ich möchte aber unbedingt euch möglichst viel auch nochmal zeigen, von der Zeitung her, was damals alles passiert ist in der Welt. Alter. Was ist denn? Hu 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 hu. Jo, gut. Dann haben wir unser neues Gewehrchen. Wobei, ich habe jetzt mit dem Granatwerfer verloren. Nehme ich den Granatwerfer nochmal zusätzlich mit. Guckt euch jetzt mal das hier an. Das ist unser Ziel. Wir müssen aber die Golden Gate übernehmen, besser gesagt zerstören. Je nachdem, wie ich das, oder wie wir das sehen. Aha. Wow, da geht es ja ab bei meinen Kollegen, die jetzt hier alles mögliche spielen. Das könnt ihr oben ja auch ein bisschen leicht gerade verfolgen. Zwei, dass es so ist. Aber egal, jetzt müssen wir auch erstmal so ein Kumpano. Wir müssen was finden, um den Panzer auszuschalten. Raketenwerfer, andere Seite. Los, rechts rum, durch diese Baracken da. Hau, wau, wau. Go, 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 go. Du, ihr, los, go. Alter. Ja, ja, komm. Beeilte euch, beeilte euch. Ja. Weiter. Einer, mit. Scheiße, Wasserbeschock! Erledige den Panzer! Schieß nochmal! Morpeth, Feint T-99 ist nur noch Schrott! Verstanden. Waren Sie sich bereit, weitere Elemente von der 40. ID zu empfangen? Formieren! Wir richten dem Quadranten einen Kommandoposten ein! Ja, zwar! Alter. Das ist Krieg jetzt. Jetzt geht's um die Freiheit. Connor, wo seid ihr beide? Wir sind mit der 185. auf dem Weg zur Brücke. Wir wurden ein wenig vom Weg abgebracht. Wir treffen uns da. Wir müssen uns den Weg hinauf zum Turm erkämpfen. Komm, mach dann irgendwas auf! Alter. Ich hoffe, dass ich mindestens... dass wir mindestens überleben. Gut, hier ist schon mal der Checkpoint. Mehr als schön. Ich hab keinen Bock zu sterben und alles wieder von vorne zu schieben. Nimm mit, was du kriegen kannst! Schiff hier? Wow. Der gehört mir! Ich hab ihn erwischt! Ja! Ja! Ich loote ihm! Das waren die letzten. Weiter. Alter, guckt euch das an. Sind das unsere? Ja. Granate! Komm, komm, komm! Ich muss immer erst mal nachladen. Nimm das, du Mist! Zusammenbleiben! Alter, wir kriegen hier... Wow! Gibt mir mal einen kurzen Moment. Lade nach! Gib mir Deckungsfeuer! Immer schnell nachladen. Ich vertraue hier der Stimme nicht. Wow! Feuer einstellen! Der Heli ist einer von unseren! Ne, los, los! Weg, weg! Das ist Bravo! Hier spricht Sierra! Feuer frei! Zehn Ladungen! Hartes Ziel! Zielkoordinaten 5QVJ 4 von 9! Ende! Verstanden, Sierra! Die PICM im Einsatz! Zehn Ladungen! Lade nach! Gemeinde, über uns! Granate! Ja! Sie beheng dich! Zuhause! Angriff anpassen! Angriff anpassen! Sichtung 750! Plus 50! Rechts 75! Ende! Anpassung! Wir haben es fast auf die... Wir werfen eine Granate da rein! Quatsch in die Stimme! Toshiba, Squintare! Worte! Bravo. Mission beenden! Angel-Island-Kommstation verstört! Über 15 Tote geschätzt! Ende! Komm! Worte! Zuse! Glocke, jemand! Johnny! Toll! Noch mehr Stufen! Gehen wir! Zumindest wissen wir, Ja, so könnte es wahrscheinlich in der grünen Gate Bridge aussehen. Warpath, hier spricht Romeo 4-4. Unser Standort wurde warant. Der LT wurde im Einsatz getötet. Zahlreiche Verwundete. Wir brauchen ein Bergungsteam. Wir können die Bay Bridge nicht halten. Ja, also jetzt geht's los. Also, mal kurz ein Prank von dem ganzen Action-Teil. Irak, eine geteilte Nation. Als Folge vom Irans Einfall in die nördlichen Provinzen des Iraks hat Saudi-Arabien in die südlichen Provinzen des Iraks Einzug gehalten, um die Sumitenflüchtlinge in diesem Gebiet zu beschützen. Irans Vorstoß-Vormarsch war eine Reaktion auf den Zusammenbruch der irakischen Regierung im letzten Monat. Guckt bitte mal auf das Datum. Es könnte alles immer noch passieren. Im letzten Monat und sollte die Anwachsende ethische Unruhen ins Haun halten. Seit dem Abzug der US-Regierung aus der Region gab es bereits mehrere Konflikte zwischen Sunniten und Chiten im Irak, aber die Präsenz der zwei Mächte im Irak birgt eine potenziell große Gefahr für weitere Konflikte. Gesammelt 26 von 61. Ah, es geht weiter. Der Iran hat die Gründung eines kurdischen Staates im Norden Irak offen unterstützt und damit einen Konflikt mit den türkischen Nachbarn ausgelöst. Der Iran hat sich direkt mit den Kurden verbindet, wodurch die kurdischen Regionen im Nordirak verwalten kann, während der Iran sich auf die Mehrheit der schiitischen Regionen konzentriert. Es gab zwar noch keine direkten Konflikte zwischen den Streitmächten vom Irak und Saudi-Arabien, aber vom Frieden kann auch keine Rede sein. Alter. So, wir werden noch hoch zur GD. Zur Röden-LGB hochkommen. Und das haben wir dann auf gleiche Schaus. Finde auf dem Steg! Finde, über uns! Bam! Ha! Ihr Flaschen! Gehst du vor, komm! Ach, ich muss schon wieder vorgehen. Tobu-La-Rasa! Drüben, auf dem Steg! Ausschalten! Der Nächste, bitte! Eta! Hamachi! Ich sag irgendwas jetzt. Hamachi! Hamme-Honga! Ja! Ich bin der Kursa! Ich bin der Kursa! Noch ein Stückchen weiter und wir sind auf der Brücke. Ich renne nicht so, also ich mache jetzt hier nicht nur auf so. Ich renne vorbei. Hey! Folg mir hoch! Ja, Lady Frost! Ander, ander! Oh, 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 oh! Rihanna, wir sind auf der Brücke! Hopp, und ich sind am Eingang. Der Konvoi ist direkt in Tourist. Ja, ich renne. Ja, ich renne. Ja, ich renne. Ich renne. Wow! Verdammt, das ist ganz schön hoch. Wir haben sie flankiert. Feuer frei! Ich renne. Yeah! Der feindliche Panzer ist erledigt. Jakobs zu mir. Hier haben wir uns die Führer-Tutel. Die Treier. Guckt euch das an! Der komplette... Oh ja, das ist ja nix. Wendley, Feuer! Schön, euch wiederzusehen. Tito. Ihr vier zu uns! Wir sichern die Brücke! Vom Tor zurücktreten! Wir werden es einreißen! Bumm! Oh! Nein! Aua! Sie bekommen Verstärkung! Dranbleiben! Oh! Oh! Jemand muss auf die große Vorrichtung! Ja! Rückendeckung! Ich rücke vor! Auf Begeckung! Werden ab! Konvoi ist unter Wins! Ja! Vor mir! Vorrücken! Beim Konvoi bleiben! Go! Leichter Panzer nähert sich! Gehen und geben! Lade nach! Gehen mit Deckungsfeier! Unter Beschuss! Arbeit! Sie sind erledigt hier! Ach so! Ah! Ja! Verzieht euch! Verzieht euch! Verzieht euch! Verzieht euch! Verzieht euch! Was sind die anderen? So! Muss ich dich hier an den Endertreten! Ab! Das hört sich nicht gut an! Vorwärts! Vorwärts! Wachtürme! In Deckung! Hier drüben! Hinter dem Laster in Deckung gehen! Angriffshelikopter! Angriffshelikopter! Rückzug! Woah! Jakobs nein! Was ist passiert? Er ist runtergefallen! Wir müssen! Er ist weg! Wir müssen weiter! Mist! Der Helikopter greift erneut an! Alter! Alter! Scheiße! Gut! Ich darf in Deckung bleiben! Nochmal! Ja! Am besten! Ich kann erstmal... Ich mach'n Prick! Bis gleich! Bye-bye!